Hallo meine Lieben, ich bin gerade im Urlaub und ich hoffe es heilt nicht so sehr und das Licht ist okay. Denn ja, ich bin gerade im Hotelzimmer und dachte mir, ich drehe vor der Abreise noch ein Berlin Haul sozusagen. Ja, wir waren heute noch bei Primark und gestern waren wir auch bei Primark. Und ja, deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, was wir heute so gekauft haben. Ihr seht das Ganze auch in meinen Vlogs, aber da erzähle ich euch einfach ganz, ganz schnell und in diesem Video kann ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen, dachte ich mir. Und ich wollte generell ein einzelnes Video nochmal dafür machen und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Das allererste Teil ist von H&M und zwar habe ich für den Jaden einen ganz süßen Bolli gekauft. Das ist dieser hier. Ja, der ist so weiß und dann so mit blauen Streiten. Und hier hat er halt so einen süßen Kragen in so Jeansblau, richtig schön, ja mit so Knöpfen und hier so eine Tasche. Ganz, ganz schön. Der ist in Größe 50, also ja, perfekt für den Jaden. Ich glaube, da kriege ich sogar Lennox noch mit rein. Also der ist echt ein bisschen groß. Ja, den habe ich im Sale gefunden und zwar für 2 Euro, das heißt ein super Schnäppchen und deswegen habe ich den mitgenommen. Ich wollte generell etwas für jeden mitbringen, also für Lennox und für Jaden was mitbringen. Für Jaden, äh, für Jaden habe ich halt diesen gekauft und für Lennox die Sachen, die haben wir heute erst gekauft. Das hier haben wir halt gestern gekauft, also gestern waren wir bei H&M und da haben wir diesen hier gekauft. Und ich habe auch noch eine ganze Tüte voll bekommen mit diesen Kleiderbügeln. Danke an die ganzen lieben Leute, die mir geschrieben haben, frag doch einfach mal bei H&M. Und ich habe gestern einfach mal gefragt und schon hatte ich mir eine ganze Tüte eingepackt, also echt super. Das nächste, was wir gestern gekauft haben, sind drei Teile von Primark für mich. Da gibt es, ähm, ja, diese Tops. So Spaghetti-Träger-Tops, sage ich mal. So, da habe ich mir eins in weiß gekauft. Ich hatte schon mal eins in weiß zu Hause, aber das ist irgendwie weg. Und ich finde die ganz, ganz toll, die sind super bequem und, ja, kann man zum Schlafen anziehen, unter irgendwas drunter oder einfach so im Sommer, finde ich super. Ähm, das ist Größe 34, glaube ich, oder 36. 34. Und, äh, diesen Grad bei Primark für 1,70 Euro drinne, finde ich also super. Der gute Herr da hinten zockt gerade übrigens, ne? Oder, äh, Pokémon Go. Ja, also davon, ähm, habe ich auch noch mehr mitgenommen. Wie gesagt, die sind halt super klasse, weil die ja auch, äh, tolle Qualität haben. Und für 1,70 Euro gerade im Sale geht das total. Das nächste, was ich mitgenommen habe, ist ein T-Shirt für mich. Und zwar dieses hier. Das ist, ähm, in so einem Jeansblau, genau. So ein ganz, ganz tolles Jeansblau. Und auch in 34. Also, die T-Shirts fallen sehr, sehr groß aus. Ich hätte auch gerne eine 32 gehabt, aber die müsste er leider nicht. Ja, aber damit bin ich auch sehr zufrieden. Dies, ähm, hat, glaube ich, 2,30 Euro gekostet oder so. Ist nicht im Sale, ist ganz normal 2,30 Euro. Ähm, ja, finde ich aber super für so ein T-Shirt. Ich meine, es muss nicht lang halten. Hauptsache ich kann es irgendwie nächsten Sommer tragen und dann ist es gut. Aber ich habe auch Sachen, ähm, von vor zwei Jahren, die immer noch perfekt halten. Also da ist noch nichts kaputt gegangen oder sonstiges. Also ich bin mit Primark eigentlich total zufrieden. Ja, das haben wir auf jeden Fall auch mitgenommen. Und das Letzte, was ich aus Primark mitgenommen habe, gestern. Ist dieses coole T-Shirt hier. Das hatte ich auch schon an heute. Das ist so ein graues und dann ist da so Berlin drauf. Also so ein ganz, ganz tolles Grau. Auch so, ähm, ein verwaschenes Grau, würde ich sagen. Auch darauf stehe ich total in letzter Zeit. Deswegen habe ich auch das Blaue mitgenommen. Ja, das hat uns 3 Euro gekostet. Finde ich super, weil das ist einfach tolle Qualität. Und auch in 34. Das ist allerdings ein bisschen eng wieder. Und da hätte ich gerne eine Nummer größer gehabt. Dann geht es um die Sachen von heute. Heute haben wir, also heute waren wir auch bei Primark und haben eines gekauft. Zum ersten habe ich für die kleinen so Fäustlinge mitgenommen. Das ist so ein Dreierpaket. Das sind drei verschiedene Größen. Also eine ganz kleine, dann mittlere und dann ganz große. Und ja, hat so ein Dreierpaket. Drei Stück da drin. Und das hat 2 Euro gekostet. Also super für, ähm, drei Paar Fäustlinge. Und, ähm, Jaden stehen die Fäustlinge total gut. Und deswegen dachte ich mir, kann man die aber mitnehmen? Ich war da gestern schon und dachte mir so, hm, sollst du die mitnehmen? Und ja, heute habe ich einfach mal gesagt, okay, nimmst du einfach mit. Dann kamen zwei Sachen für den Lennox mit. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte gerne was für beide mitnehmen. Und ja, diesmal ist der Jaden ein bisschen leer rausgegangen. Obwohl ja die Fäustlinge, die Fäustlinge sind ja für ihn. Also eigentlich ist es beides total gerecht. Jeder zwei Teile. Das erste für den Lennox ist dieses süße T-Shirt hier. Das ist so unglaublich schön. Ich finde das so wunderschön. Ähm, ja, also es ist halt so rot. Das ist halt so ein richtig schönes, äh, lila-rot gestreift. Dann halt so weiß mit drin. Ja, auf dieses Muster, wie gesagt, stehe ich total in letzter Zeit. Und so weiße Punkte sind dann noch drauf. Dann ein Doppelkragen. Einmal so dunkelblau und so hellblau. Und dann wieder die schönen Knöpfe. Und eine kleine Tasche. Also richtig schön. Das Ganze in 62. Ähm, ich war lange am überlegen, ob ich, äh, 68 mitnehmen soll. Weil, das, äh, wirkt sehr, sehr klein. Also ich hab auch ein bisschen Angst, dass es nicht passt. Wenn es nicht passt, dann bekommt es der Jayden. Obwohl für Jayden wird es viel zu groß sein. Und das Ganze gab es für 4,50 Euro. Ähm, ja, ein bisschen teuer für ein T-Shirt. Aber ich konnte nicht dort vorbeigehen. Und deswegen, ja, haben wir das mitgenommen für den Lennox. Das nächste, was wir für den Lennox mitgenommen haben, ist diese Hose hier. Die fand ich so toll. Ja, das ist halt so eine graue Hose. Auch wieder so verwaschen, wie ich es ganz, ganz gerne mag in letzter Zeit. Dann hat sie hier so, ja, so richtig coole Kordeln. Finde ich richtig schön. Dann ist sie in einem wunderschönen Stoff. Also das ist wirklich für Primark wirklich, äh, super verarbeitet. Also, da kann man echt nichts sagen. Die ist wirklich super schön. Und auf den Kinn hat sie so ein kleines Monster. Das finde ich so süß. Und halt so Augen und dann so ein aufgenähtes, äh, Zehendingens. Finde ich ganz, ganz schnufferlich. Und, äh, ja, deswegen haben wir die für Lennox mitgenommen. Ich hätte die auch gerne für Jaden gehabt. Aber, ähm, die war schon in der größeren Abteilung. Nicht mehr in der Bibi-Abteilung. Für Jaden muss ich halt in der wirklich Bibi-Bibi-Abteilung schauen. Und, äh, für Lennox schon in der größeren Abteilung. Und, ja, deswegen gab es auch gar nichts für Jaden so viel. Also für Jaden hätte ich da jetzt nichts mitgenommen. Außer ich hätte hunderte von Euros ausgegeben. Aber, ja. Die war auf jeden Fall richtig schön. Und deswegen haben wir die mitgenommen. Ich hoffe, die passt dem Lennox. Weil die wirkt sehr, sehr groß. Hätte ich, äh, am liebsten in 56 mitgenommen. Aber gab es halt, wie gesagt, nicht. Und, ja, aber ich glaube, ähm, das wird schon ganz gut. Und deswegen haben wir diese mitgenommen. Die ist halt in 62 und hat gekostet 6 Euro. Ich finde, das geht für so eine coole Joggenhose. Ist halt trotzdem ein bisschen teuer, aber ich finde, es geht. Und, ja. Deswegen kamen die auch noch mit. Weiter geht's mit den Teilen für mich. Da ist dieses coole Top aus dem Sale mitgekommen. Das gleiche habe ich in Grau schon zu Hause. Und, ja, das ist richtig toll. Weil das hier unten einfach richtig fluffig ist. Und das einfach perfekt für den Sommer ist. Also, das ist super toll eigentlich. Eigentlich, man hat das Gefühl, man hat nichts an. Aber man hat irgendwie was an. Und, ja, deswegen haben wir das mitgenommen. Weil das gerade im Sale war. Und nur für 1 Euro. Deswegen dachte ich mir, das ist doch ein super Schnäppchen. Das kann man mitnehmen. Ich glaube, in England habe ich irgendwas mit 3 Pfund bezahlt oder so. Und das Ganze ist auch wieder in 34. Ja, und für 1 Euro dachte ich mir, kann es denn auch gerne kaputt gehen oder nicht? Passt nur sonstigen Kram. Dann kam ebenfalls aus dem Sale dieses Top hier mit. Finde ich auch super schön. Das ist so gerade anliegend. Und dann wird es bauchfrei. Also, es ist so gerade am Hosenrand, sage ich mal. Also, ja, wenn du die streckst, dann ist es ein bisschen bauchfrei. Kann man so sagen. Ja, fand ich total schön für den Sommer. Hier unten hat es so Spitze. Das ist halt, also das ist so das Stück, war es denn der letzte Abschnitt zum Gürtel dann sozusagen. Also, das ist eigentlich so bauchfrei. Ja, also finde ich super schön. Oh Gott. Und das Ganze gab es auch für 1 Euro. Und das ist ebenfalls in 34. Ja, und für 1 Euro dachte ich mir auch, kann man mitnehmen. Dann gab es für mich einen neuen Sport-BH. Und zwar diesen hier. Der hat eine wunderschöne Farbe. Guckt euch das mal an. Der ist so schwarz. Da sind so verschiedene bunte Striche drauf. Fand ich super schön. Und ich habe gestern schon den ganzen Tag nach einem Sport-BH gesucht, weil ich die einfach bequemer finde. Und für Sport ist das super praktisch. Ich habe zwar einen, aber der ist nicht so schön wie der hier. Und ja, deswegen haben wir den mitgenommen. Der hat bei Primark, ich glaube, 5 Euro, glaube ich, gekostet. Ja. 5 Euro gekostet. Und ja, der ist, wie gesagt, super bequem. Und das ist sogar ein Sport-BH, den man hinten öffnen kann. So. Also der ist hinten ein ganz normaler BH-Verschluss. Und das finde ich super toll. Denn das haben ganz, ganz wenige Sport-BHs, die so aufgebaut sind. Halt mit so einem Dreieck hinten. Ja. Und das ist einfach viel besser zum An- und Ausziehen. Und was auch das Wachsen angeht und so. Ja. Den habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Dann hat der Fähig natürlich auch was mitgenommen. Und zwar dieses T-Shirt hier. Das ist ganz schön groß. So. Also eigentlich das gleiche, was ich in Grau habe. Halt nur in weiß-schwarz. Das hat auch nur gekostet 3 Euro. Und er trägt die Größe S. Ja. Er ist nicht zufrieden damit. Aber ich finde es wunderschön. Und wenn ich es wunderschön finde, dann wird es mitgenommen. So. Dann waren wir vorhin noch bei DM. Und wir waren ja gerade bei Felix. Das heißt, wir machen weiter mit Felix. Und zwar hat er sich neues Rasierschaum gekauft. Dieses hier. Ich weiß, das ist nicht so interessant für euch. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es mit in unserer Tüte war. Ich habe ganz normales Nivea Rasierschaum. Das hat mein Papa auch. Und ich glaube, das kostet bei DM knapp 2 Euro. Und deswegen, ja. Er brauchte Neues. Und deswegen haben wir das mitgenommen. Und für die Reise hat er sich so ein kleines Duschgel gekauft. Das ist, ähm, ja. Für den ganzen Körper, für die Haare und fürs Gesicht. Ähm, ja. Fanden wir so als kleine Probe ganz, ganz toll. Das hat, ähm, ich glaube 95 Cent gekostet. Das ist halt so klein. Davon gibt es halt auch das Große bei DM. Aber das ist halt so die Reisegröße. Und er braucht halt, wie gesagt, eins. Und deswegen haben wir das mitgenommen. Weil das, ähm, ja. Ich glaube, das Schönste war da. Und das Beste. Und deswegen haben wir auch das mitgenommen. Dann kommen wir zu den letzten drei Teilen von mir. Ich habe wieder einen Spaghetti-Top mitgenommen. Und zwar diesmal in... Nee, dunkelblau, genau. Also ich denke nicht, dass es schwarz ist. Es ist so ein ganz, 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 ganz dunkelblau. Ich hätte gerade auch gedacht, dass es schwarz ist. Aber es ist ein ganz, ganz dunkelblau. Und ich finde es super schön. Halt, äh, wie das Weiße. Auch nur 1,70. Also eigentlich kosten die, ähm, hier 2,30. Aber hier sind die ja drunter gegangen auf 1,70. Und, ja, deswegen haben wir das mitgenommen. Weil das ist, ähm, ja. Wie gesagt, wie ich bei den Weißen schon gesagt habe. Die sind super praktisch. Und, äh, ja, super schön. Dann dachte ich mir, ich nehme noch ein drittes von diesen Spaghetti-Tops mit. Und Felix hat zum Glück diese schöne Rote hier gefunden. Denn ich finde, Rot steht mir sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß, eigentlich nur bestimmt, aber... Rot ist schon eine Farbe, die ich sehr, sehr gut tragen kann. Ich meine, man sieht es hier. Ich bin auch total rot gerade. Ich bin schon im Schlafanzug übrigens unter hier. Ich dachte mir nur, ich ziehe mal eine Jacke drüber. Ja, also das schöne Rote hat Felix mitgenommen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Rot. Nicht so orange, wie es gerade in der Kamera aussieht. Sondern ein richtig, richtig knalliges, schönes Rot. Das letzte, was ich mir mitgenommen habe für heute, ist... Schatz, man sieht dein... Was tust du da? Pokémons. Das letzte, was ich mir mitgenommen habe, ist ein Langarmshirt. Langarmshirt und zwar, oh Gott, dieses hier hat einfach ein Langarmshirt. Ich finde die von Primark ganz, ganz toll, weil, ich weiß nicht, ich habe davon drei Stück und die sind alle super bequem und so. Und erst direkt jetzt im Winter trage ich die super gern unter irgendein Pulli drunter oder so, weil es einfach schon extrem kalt ist bei uns. Und deswegen, ja, so sieht es aus. Der ist in so einem, ich weiß nicht, so einem Grünton ist das. So einem grün-blau. Auf jeden Fall richtig schön. Also das ist halt so, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt. So eine Art Turkeys, aber ein bisschen mehr grün. Also eine ganz, ganz tolle Farbe. Und auch in 34, weil die Pullis und Langarmshirts und T-Shirts sind sehr, sehr, ja, wie sagt man, groß ausfallen und so. Das hat gekostet 3 Euro. Doch. Und ja, das haben wir auch mitgenommen. So, mein Lieben, das hier ist unser Ausbeute. Das meiste nur für mich. Und ja, dann war es doch schon von unserem Haul. Ich habe noch etwas gekauft, aber das möchte ich nicht zeigen. Ich habe mir Unterwäsche gekauft und ich glaube, das gehört hier nicht auf diesen Kanal. Ähm, ja. Also, das war es so von unserem kleinen Berlin Haul, sage ich mal. Ähm, ja. Wenn ich in Köln eine Menge shoppen gehe, nicht so ein, zwei Teile, sondern ein bisschen mehr, dann kommt natürlich auch da ein Haul. Das ist überhaupt kein Problem. Mache ich gern für euch. Ähm, ja. Ich möchte natürlich, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und deswegen vlogge ich auch so viel für euch. Und ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.